Verfluchte Liebe von Kim Rae Kapitel 19 Teil 1 Nicht mehr und nicht weniger Flashback Wie? Wem machst du das? Ich hatte Mühe, einen verständlichen Satz zu formen. Die Strafarbeit war vorbei. Eigentlich hatte ich jetzt Training, doch Dumbledore hatte mich kurzfristig informiert, dass Moody und Ramos für ein paar Tage einen anderen Einsatz hatten und so wäre mein Abend eigentlich langweilig gewesen. Doch dann war er aufgetaucht. Wie mache ich was? Es war mir kurzfristig unmöglich, meine Frage präziser zu stellen, denn gerade glitt seine Hand in den Bund meiner Jeans und nahm mir die Luft zum Atmen. Hey! keuchte ich dann und versuchte, meinen rasenden Puls unter Kontrolle zu bringen. Nicht hier! Immerhin waren wir nur in einer Nische im Gang zur Küche verborgen. Dahin war ich auf dem Weg gewesen, um mein Abendessen nachzuholen, nachdem ich heute wieder einmal für alles zu spät gewesen war, bevor mir klar wurde, dass ich den Rest des Abends frei haben würde. Ich will dich, hatte ich ihn an meiner Brust nuscheln, wo er gerade hartnäckig mit den Knöpfen an meinem Händ köpfte. Mir wurde heiß. Seit der Nacht in unserem Gemeinschaftsraum hatten wir nicht mehr die Möglichkeit gehabt, uns zu treffen. Ich will dich jetzt und hier und auf der Stelle. Mein Hemd war aus dem Weg, seine Lippen auf meiner Haut, seine Hände nun mit meiner Jeans beschäftigt. Nicht hier! Versuchte ich, ihn erneut aufzuhalten und zog ihn an mich, um ihn zu küssen und von dem abzulenken, was er zweifellos im Sinn hatte. Ergeblich. Sein Kuss war hungrig und hemmungslos, seine Hände nicht aufzuhalten und meine Beherrschung hormongesteuert. Ich wechselte unsere Position und schob ihn gegen die Wand, drängte mich zwischen seine Schenkel, die er bereitwillig öffnete. Du bist wahnsinnig, 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 murmelte ich, während meine Lippen ungestüm über seine Haut gelitten und er den Kopf hingebungsvoll in den Nacken legte. Halt die Klappe, Harry, kam seine Antwort, bevor er leise wimmerte, als ich noch ein wenig fester gegen ihn drängte, vollkommen am Rand meiner Beherrschung. Was ist deine Schuld? keuchte ich und spürte jede seiner Bewegungen unter mir. Schuldig, im Sinne der Anklage. keuchte er, bevor sich seine Arme fest um meinen Nacken klammerten und seine Bewegungen so ungestüm wurden, dass ich es aufgab, mich beherrschen zu wollen. Silencio! war das Einzige, was ich für eine Weile herausbrachte. Doch als wir eine ganze Weile später gemeinsam im Bett unseres üblichen Zimmers im Ostflügel lagen und er sich endlich zufrieden in meinen Armen räkelte, fiel mir wieder ein, was ich ihn ganz zu Anfang gefragt hatte. Wie machst du das? Was? kam irritiert die Gegenfrage. Wie kommt es, dass du mich immer finden kannst? Er zockte nur die Schultern und sah mich an. Keine Ahnung, er interessiert mich auch nicht. Hauptsache ich finde dich. Mach dir nicht so viele Gedanken. Er brauchte keine fünf Minuten dafür, mich die Frage vergessen zu lassen. Seine Lippen, seine Hände und seine unglaubliche Hingabe radierten die Frage aus meinem Kopf und mein Körper folgte seiner Führung. Getrieben von Leidenschaft und Hunger, so blind, dass ich mich in ganz schwachen Momenten nur noch fragen konnte, wie ich jemals wieder aus diesem Netz befreit werden sollte, wo ich doch wusste, dass ich ihm niemals trauen wollte. Flashback Ende Harry zitterte, als sich diese Erinnerung vor seinem inneren Auge abspielte und er wusste nicht, zum wievielten Male er sich wünschte, nach der Antwort auf diese Frage gesucht zu haben. Doch er hatte nicht gesucht und nun lag er in einem Bett im Krankenflügel. Wieder einmal. Es war warm, doch er zitterte vor Kälte. Auf seinem Nachttisch brannte eine Kerze, doch er hatte sich in die Dunkelheit zurückgezogen. Madame Pomfrey schlief wie immer in ihrem Büro, wenn jemand hier war, doch Harry war in seinem eigenen Universum der Einsamkeit. So viele Fragen ohne Antworten. So viele Gründe, Nein zu sagen. So viel Wärme. So viel Geborgenheit. So viel Nähe. Harry tauchte aus dem Abgrund auf, als es in seinem Kopf zu schreien begann. Panisch brachte ein Wisch mit dem Zauberstab noch mehr Kerzen an sein Bett. Zitternd zog seine Rechte, die mollig warme Decke, fester um seinen Körper. Doch es half nicht. Das Zittern und die Kälte blieben. Es war das erste Mal, dass er in Erwägung zog, zu Dumbledore zu gehen und seine Erinnerungen doch noch verändern zu lassen. Was nützte es zu wissen, wie sich Liebe anfühlte, wenn alles, was davon geblieben war, Einsamkeit und Leid waren. Harry spürte wieder einmal Tränen in seinen Augen brennen und rollte sich auf dem Bett zusammen, die Decke über dem Kopf. Er konnte es einfach nicht mehr ertragen und verspürte gleichzeitig eine solch verzweifelte Sehnsucht, dass es ihn zu verbrennen drohte. Die Decke flog vom Bett. Harry richtete sich auf und stützte das Gesicht in die Rechte. Es ist vorbei. Es ist Vergangenheit. Es hat niemals existiert. Er kam ihm die Litanei über die Lippen, mit der er entfernt versucht hatte, seine zerbrochene Welt in den Griff zu bekommen. Da hat es funktioniert. Doch er wusste leider nur zu genau, warum es hier nicht funktionierte. Er war hier. Er starrte ihm nach, ließ ihn nicht aus den Augen und zwang ihn erneut, über ihn nachzudenken. So konnte er nicht leben. So wollte er nicht leben. Er wollte ihn nie mehr wiedersehen. Mit jedem Tag, an dem er ihm trotzdem begegnete, begriff er ein bisschen mehr, dass es nie wieder ein Leben sein würde. Doch es war alles, was ihm geblieben war. Und er hing mehr daran, als er zugeben würde. Harry hob den Kopf. Blass ausgezerrt. Schon längst nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Tränen waren ausgeblieben. Es war vorbei. Es war Vergangenheit. Und es hatte niemals existiert. Er musste dieses Kapitel seines Lebens abschließen, so wie es Lee ihm von Anfang an geraten hatte. Doch wie sollte das gehen, wenn man die Gefühle hatte, dass dieses Kapitel alles war, was man jemals besessen hatte? Harry starrte auf seine Rechte und wusste, dass er trotzdem keine Wahl hatte. Flashback. Es war verrückt, aber ich konnte meine Finger einfach nicht von ihm lassen. Immer wieder versuchte ich mir einzureden, dass es nur Sex war, was uns beide verbannt. Doch manchmal bei Gelegenheiten wie dieser bekam ich das düstere Gefühl, dass ich mich selbst belog. Es war Sonntagnachmittag und wie schon fast üblich hatten wir uns vollkommen von der Welt zurückgezogen. Es war nicht einmal Absicht gewesen, dass wir uns trafen. Ich war vor Rons schlechter Laune und Hermines Nachstellungen geflüchtet und der einzig sichere Platz dafür schien mir interessanterweise dieses Gästezimmer im Ostflügel. Es hatte mich nicht wirklich überrascht, dass er schon da gewesen war. Lang ausgestreckt hat er auf dem Bett gelegen und gedöst. Doch zweifellos hatte er nichts gegen die Ablenkung gehabt, als ich aufgetaucht war. Die hitzige Ungeduld von vor einigen Tagen, als wir dank erzwungener Abstinenz nicht genug voneinander bekommen hatten, war abgeklungen. Etwas hatte sich geändert. Es ging nicht mehr um wilde, ungestüme Triebbefriedigung, es ging um das Zusammensein. Es ging darum, dem anderen alles zu geben und zu genießen, was man bekam. Tief in mir drin wusste ich, dass das nicht gut war, doch ich verdrängte es. Was ich nicht verdrängen konnte, war der Drang, ihm nah zu sein. Er lag neben mir, vollkommen entspannt und schon wieder halb eingedürst und meine rechende, zeichnete Muster auf die nackte Haut seines Rückens. Ich konnte nicht genug davon bekommen, ihn zu berühren. Ich wollte ihn verwöhnen, liebkosen, in Zärtlichkeit ertränken, und ich konnte einfach nichts dagegen tun. Im Halbschlaf handte er mir das Gesicht zu und seufzte leise. Fast automatisch zog ich die Decke ein wenig höher über seine bloßen Schultern und ein verschlafenes Lächeln spielte um seine Lippen. Es trieb mich zur Verzweiflung, als ich mein Gesicht in seine Schulter vergrub und mich beinahe an ihn klammerte. Der Schmerz in meiner Brust war so unerträglich und bittersüß, dass es mir das Herz zerriss. Alles okay, kam es leise von ihm und ich nickte hastig, während meine Rechte ihren Weg über seinen Rücken wieder aufnahmen, um dieser Aussage Nachdruck zu verleihen. Es war alles okay. Alles war bestens. Nichts, worüber man sich Gedanken machen musste. Das war das Mantra, das mich in den Schlaf wegte. Als ich erwachte, war es Nacht, doch das war mir egal. Meine rechte Hand lag jetzt auf seiner Brust und unter meinen Fingern konnte ich den stetigen Schlag seines Herzens spüren. Flashback Ende Fast automatisch fanden Harrys Finger den Weg zu seiner Brust und suchten nach dem Schlag seines eigenen Herzens. Doch unter dem starren Schutz der Fixierung konnte er ihn nicht spüren. Der nächste Brief erreichte Harry schon am kommenden Morgen. Er hatte nichts dagegen einzuwenden gehabt, als sie Madame Pomfrey das Frühstück brachte. Er schob den Schritt zurück in die Realität noch ein wenig auf und als er Hedwig kommen sah, war er dafür beinahe dankbar. Einen weiteren Ausrutscher wie gestern konnte er sich nicht erlauben. Ron mochte noch nicht gefragt haben, doch er wusste, dass etwas nicht stimmte. Hallo, meine Süße, begrüßte er seine Eule und streichelte sie liebevoll. Wieso tust du mir das an, hm? Ist ja noch immer so überzeugend. Hedwig klapperte leise mit dem Schnabel und nippte an seinem Finger. Harry lächelte. Schinken ist nicht wirklich gut für dich, das weißt du. Ein leises Fiepen war die Antwort und mit resignierter Miene gab er der Eule eine Scheibe seines Schinkens, bevor er das Pergament, das sie in seinen Schoß fallen lassen hatte, widerwillig ansah. Es unterschied sich nicht im geringsten von dem, welches Draco am Tag zuvor gesandt hatte und Harry war versucht, es mit Incendio zu vernichten. Doch die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass es keinen Sinn hatte, Draco Malfoy zu ignorieren und so nahm er es auf, schlubb das weiße Band herunter und entrollte es unter Hedwigs aufmerksamen Augen. Harry, Harry, Harry. Du schockierst mich. Mir ist hoffentlich klar, dass ich bei weitem noch nicht alles aufgezählt habe, was ich über dich weiß und du machst schon bei meinem ersten Versuchsschlapp. Wenn ich mir das so ansehe, kann ich dir eigentlich nur eins raten. Gib mir, was ich will. Sag mir, was ich wissen will und es wird eine wirklich harte Zeit für dich. Wo du doch so ein Sensibelchen bist. Ich habe wirklich nicht die Absicht, dich in den Nervenzusammenbruch zu treiben, aber du kannst dir sicher sein, dass ich es tun werde, wenn du mir nicht endlich sagst, was in dieser Nacht im Verbotenen weit passiert ist. Gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Ansonsten bis morgen. Zur selben Zeit. Ich werde nicht aufgeben. Dessen kannst du dir sicher sein. D. Die Nachricht verbrannte mit kalten, blauen Flammen zwischen Harrys Fingern und erschreckte Hedwig, doch er registrierte es kaum. Im Grunde hatte er nichts anderes erwartet, auch wenn er vielleicht etwas anderes gehofft hatte. Der verdammte Mistkerl gab einfach nicht auf. Er musste dem endlich einen Riegel verschieben. Sie hatten heute keinen gemeinsamen Unterricht. Es war Donnerstag und es war der Grund dafür, dass Harry diesen Tag beinahe liebte. Wenn er es auch noch vermied, zu den Mahlzeiten in die große Halle zu gehen, schaffte er es, Draco komplett zu meiden. Doch er musste mit dem Blonden reden, ob er wollte oder nicht. Sein Blick fand Hedwig, die noch immer neben seinem Bett auf seiner Stuhllehne hockte und ihn mit aufmerksamen Augen ansah. Du kannst Gedanken lesen, oder? meinte er leise, bevor er seine Eule ein weiteres Mal über das Gefieder strich und dann nach seiner Schultasche griff, um eine Antwort zu schreiben. Etwas, womit Draco garantiert nicht rechnete. Hedwig passte Draco ab, als diese allein auf dem Weg zum Quidditch-Training war. Sie hatte Anweisung, diese Nachricht nur zuzustellen, wenn es niemand beobachten konnte. Und clever wie sie war, tat sie das natürlich. Draco war sichtlich überrascht, als sie auftauchte. Hey, du Schöne. Mit dir hätte ich aber nicht gerechnet. Begrüßte er sie, als sie sich auf seinem Arm niederließ und ein leises Fiepen hören ließ. Fast automatisch glitten Dracos Finger über ihr seidiges Gefieder. Er hatte keine Ahnung, warum ihm Potters Eule so eindeutig wohlgesonnen war, doch es machte seine Sache um einiges leichter. Er hatte kein Problem gehabt, sie davon zu überzeugen, dass sie seine Nachrichten überbrachte. Hedwig ließ ihre Nachricht in seine Hand fallen und sah ihn erwartungsvoll an. Willst du mir weismachen, dass er geantwortet hat? meinte Draco amüsiert. Oder kriege ich wieder Post von Weasley? Aber nein, die würdest du mir nicht bringen, nicht wahr? Er kramte in seiner Tasche nach einem Eulenkeks, die er fast immer bei sich hatte, da seine eigene Eule Zeus sehr hartnäckig sein konnte, wenn es um Leckereien ging, und man nie wissen konnte, wann Zeus ihm eine Nachricht brachte. Hedwig ließ ihn nicht aus den Augen. Du weißt ganz genau, was kommt, nicht wahr? Du bist wirklich ein kluges Mädchen. Draco hatte gefunden, was er gesucht hatte, und hielt es ihr mit der ausgestreckten Hand hin. Hedwig kniff ihn in den Finger, bevor sie den Keks aufnahm und sich wieder in die Luft erhob. Draco grinste. War das dafür, dass ich ihn ärgere? Hedwig zog einen Kreis über ihm, bevor sie in die Richtung der Eulerei verschwand, um sich ihre sicher wohlverdiente Ruhe zu gönnen. Dracos Blick fiel auf das schlampig zusammengerollte Pergament. Einhändig ging es ihm durch den Kopf, und er fragte sich, wie es Potter schaffte, seinen Alltag mit einer Hand zu meistern, ohne dass es jemand mitbekam. Die Frage, warum er sich so vehement weigerte, zu zeigen, dass er nicht wirklich ungeschoren aus diesem letzten Kampf hervorgegangen war, schloss ihm wieder einmal in seine Gedanken, doch er verjagte sie. Das war Potters Problem. Er hatte seine eigenen, und der einzige Zweck, dem dieses Geplänkel mit Potter diente, war es, genau diese zu lösen. Er würde sich keine Gedanken über Kerle machen, die sich mit rothagen Weasleys einließen, ganz egal, wie gut sie aussahen. Entschlossen riss er die Rolle auseinander. Es stand nicht viel drin. Heute um Mitternacht. Norton. Kein Freund der großen Worte, oder Potter? Die Nachricht war nicht so raffiniert gesichert wie seine eigenen. Es war ein einfaches Stück Pergament, das ihm nicht den Gefallen tat, in Flammen aufzugehen, um sich selbst zu vernichten. Mit selbstgefälliger Miene knüllte er es zusammen und schob es in seinen Umhang. Es sah ganz so aus, als habe er Potter da, wo er ihn haben wollte. Besser konnte dieser Tag nicht enden. Er ist in ihrer luôn. Bei den Lern in der Lern mit der Lern bename